HipHop.de New HipHop.de Mo Torres bringt am 21. September seine EP Atheist exklusiv auf HipHop.de. Produzenten werden unter anderem D-Rush und X-Hackt sein. Für Features hat er sich Luisa Skravic ins Boot geholt. Die EP wird der Vorbote für das kommende Album Ambivalent sein, das am 26. Oktober im Handel steht.